Ein flauschiges Hallöchen, die Süßen, und willkommen zurück zu Dollhouse. Ich nehme mal doch noch eine kleine Ecke auf. Einfach, weil wir jetzt nochmal was eingesammelt haben, nachdem ich in diesem seltsamen Raum drin war. Und ich müsste jetzt eigentlich nochmal meine Erinnerungen... Achso, warte mal, da ist ja wieder was. Ah ja, richtig, das hatte ich ausprobieren wollen. Theoretisch müsste jetzt hinter uns sein, oder? Warte mal kurz, hier. Legen wir da einfach mal unsere Erinnerungen rein. Wie gesagt, ich glaube, wir haben gerade gar keinen Mon-Mon. Kein Puppi-Mon. Das ist alles voll, das Inventar. Schlüssel könnten wir mal wieder einsammeln. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir weiterkommen. Und ich muss ein bisschen drauf achten, wann jetzt wieder Speichern kommt, und dann tatsächlich mal aufhören. Das wäre ganz, ganz empfehlenswert für mich. Aber ich versuche diesmal wirklich nur die Erinnerungen. Sind wir nicht, ich habe hier reingegangen. Das ist ein Monster. Das ist ein Mon-Mon-Monster. Die würden uns eigentlich Schaden zufügen. Na gut. Ich würde es echt gerne ausprobieren. Das nächste Mal, wenn wir gespeichert haben irgendwo, würde ich das tatsächlich ausprobieren wollen. Was passiert, wenn wir sterben? Theoretisch sterben würden. Ich glaube, ich habe noch eine Erinnerung. Und wir haben... Ich weiß gar nicht, wie viele noch. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn uns das Ding finden würde. Streng genommen. Ach guck mal, jetzt ist es eigentlich hinter uns. Okay, es ist also tatsächlich nicht da. Es ist tatsächlich nicht hier. Da können wir Erinnerungen kaputt machen. Da ist noch mal was. Was ist das? Ladung, Kreide. Das sieht man teilweise gar nicht so richtig, oder? Hm. Ach komm, wir machen einmal eine Fertigkeitssicherung. Ich will neue Fertigkeiten haben. Das ist ja sonst... Ich verstehe sowieso nicht ganz, wie das mit dem Schneiden funktioniert. Boom erhöht. Sehr schön. Und jetzt habe ich, glaube ich, nichts mehr. Jetzt müsste ich theoretisch diesen Raum wiederfinden. Und ich habe noch keine einzige Rauchwand. Die irgendwie gehabt. Okay, weiß was? Wir benutzen einfach mal dieses Aufsperrending. Da ist eine offene Tür. Da ist auch noch mal eine Türe. Wo wir aber schon drin waren. Jetzt ist es weg. Da liegen Sachen. Waren wir hier noch nicht? Sonst würden ja hier keine Sachen mehr liegen, oder? Zumindest die Ladung hätten wir mitnehmen können. Und hier auch. Oder manchmal... Da waren wir tatsächlich noch nicht. Hier waren wir absolut noch nicht. Schlüssel, das Ding hier. Diese Püppchen auf dem Boden übersehe ich eben auch total gerne. Okay. Da waren wir eben. Dann schauen wir mal hier weiter. Kann ich dich noch, Fräulein? Nee, kann ich nicht. Das hier auch nicht. Ha, da ist wieder ein Schlüssel. Das kann aber sein, dass wir hier schon mal drin waren. Da ist noch so eine kleine Puppe. Evidence updated. Ja. Und ich muss natürlich im Endeffekt jetzt diesen blöden Raum finden. Mit meiner Orientierung. Gar nicht so einfach. Aber es lohnt sich auch durchaus, wenn wir hier noch mal schnell durchgehen. Jetzt kann ich ja wieder Ladungen sammeln. Nee, Vorräte. Entschuldigung, Vorräte. Und ich müsste wieder irgendwo Erinnerungen hinpacken können. Die Frage ist, wo das jetzt gewesen ist. Ich erinnere mich, dass wir hier schon mal waren. Glaube ich. Oder vorne habe ich da nicht was gesehen? Da ist doch was. Ja, da können wir unsere Erinnerungen reinpacken. Dann machen wir das doch mal. Securen wir das Zeug. Fünfer bleibend. Ich frage mich, ob das die... Wiederholen sich eigentlich die Filmclips? Oder sind das immer... Das sind, glaube ich, immer andere, oder? Also tatsächlich immer die, die wir freischalten. Neun haben wir gesichert. Einen haben wir verarbeitet. Neun gesichert, einen verarbeitet. Das heißt, es fehlen tatsächlich eben noch fünf. Habe ich keinen mehr? Ich dachte, ich hätte noch eine. Okay. Trotzdem, wenn ich die... Die Türe finden würde, würde ich sie benutzen. Spiel, wisst ihr das? Da ist noch so ein Viech. Spiel, wisst ihr das? Wenn ich es finden würde, würde ich es benutzen. Ein Zeug. Ich nenne es einfach mal Zeug. Und da ist was. Hollywood war alles andere als unschuldig. Oft. Ich weiß ja nicht, ob wir davon schon alle haben. Und zumindest dieses Skript sollten wir ver... Wow. Das ist mir nicht aufgefallen. Tja. Jetzt habe ich es gesehen. Hier könnten wir dieses Zeug einzahlen. Einen Schlüssel, den wir nicht brauchen. Und... Habe ich den nicht eingesammelt gehabt? Sind die neu gespawnt an der Stelle? War ich so nachlässig? Und da vorne sehe ich nochmal so einen Schriftzug. Also einen Teil von unserem Skript. Geschenke ausgepackt, brachte wieder ein Licht. Ja, komm, sammle das. Mutte ich wieder ein Licht in ihre Augen zurück. Ah, ich verstehe, glaube ich, jetzt gerade. Ah, ich bin so doof. Wir sollen uns an das Skript halten, das wir geschrieben haben. Das heißt, wir hätten jetzt irgendwie versuchen müssen, darzustellen, dass es nicht ihre Tochter ist. Oder dass die Krankenschwestern, dass sie nach Hause geschickt wurde. Oder all sowas hätte in unseren Filmen gemusst, oder? Kann das sein? War das mein Fehler? Jetzt muss ich ein bisschen öfter nach oben schauen, damit ich diese anderen komischen Fallen nicht übersehe. Wo ist denn dieser doofe Raum jetzt? Es wäre mir jetzt ein echtes Vergnügen, wenn wir den Ausgang finden könnten. Ich glaube, hier bin ich entlang gelaufen, oder? Eben gerade. Dann würde ich jetzt erstmal in diese Richtung hier vorziehen. Ist da noch was drin? Ja, ein Vorrat. Kann ich aber nicht mehr mitnehmen. Ich kann nur noch Ladungen aufnehmen. Und ob es hier auch so viele Ladungen gibt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Da war ich schon lange nicht mehr drin. Das war einer unserer ersten Räume. Und dann gehen wir doch einfach mal... Oh Gott, oh Gott. Ja, da ist Rose wieder. Wir bewegen uns wieder zum Anfang zurück. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oder wieder was ist. Ob ich irgendwas überschlüssel. Da habe ich aber auch... Ich hätte eine Fähigkeit haben sollen, die wir raussuchen sollen, wo man mehr Schlüssel bekommt. Falls es das gegeben hätte überhaupt. Und da fällt mir gerade was ganz doofes ein. Mein Fokus ist gerade pausiert. Aber da uns ja nichts passieren kann, muss ich ja gar nicht suchen, wie so eine Bekloppte. Ich kann ja einfach... ...einfach den Fokus benutzen, mir anzeigen lassen, wo die blöden Dinger sind. Und dann da hingehen. Das ist noch so ein Sternchen. Da wäre Kreide, wenn wir sie mitnehmen können. Können wir aber nicht. Ich glaube, jetzt kann ich meinen Fokus wieder benutzen, oder? So, aufspüren. So. Uns passiert ja gerade nichts. Irgendwelche Erinnerungen. Verlaunenraum aufsperren. Boah. Da wackelt es ein bisschen. Und jetzt müsste ich doch eigentlich... Sehe ich jetzt nicht? Ne. Na gut, dann gehen wir hier hin. Alles klar. Die ist nuggisch. Das ist aber... Das ist aber so ein alter Film. Das muss ich, glaube ich, nicht mehr zensieren. Und ich müsste noch ein so ein Ding haben. Drei übrig. Elf. Oh je. Das wird witzig. Also das Suchen hier drin... Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht das Spannendste ist, weil wir eben keine echte Gefahr haben. Die einzige Gefahr ist, dass ich mir so sehr verlaufe, dass ich nichts mehr wiederfinde. Ah, Kinder im Sandgarten. Ah, ja. Der war jetzt aber auch kürzer als sonst, oder? Warum erhöht? Token unlocked. Genau, wir haben elf hochgeladen. Eine verarbeitet zu einer Fähigkeit. Also sind wir jetzt insgesamt bei zwölf. Und fehlen noch drei. Dann sind wir bei 15. Dann hätten wir ja tatsächlich alles gefunden. Vielleicht war das der Fehler, dass wir einfach zu wenig Erinnerungen hatten. Jetzt habe ich natürlich keine mehr. Ich würde trotzdem, wenn ich den Raum jetzt finde, irgendwie den Raum mal betreten. Wir können aber auch mal die Beweise anschauen. Er ist schwerhörig. Bonus. Part F. Part K. Er spürt jedes Mal, wenn du deine Fähigkeiten einsetzt. Creepy, das Ding. Asche. Dies sind die Standardmalen. Dämmerung. Diese Puppen bewegen sich mit doppeltem Tempo. Sie können leicht geblitzt werden. Keine Beweise gefunden. Standard. Diese Wände können weggeblitzt werden. Aber die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Fallende Stacheln. Boden. Eieiei. Diese Fallen sollen den Tod von unten bringen. Dankeschön. Sägeblätter. Ja. Wie unangenehm mal alles ist in diesem Spiel. Alles will uns töten. Das könnten wir jetzt nochmal, das hier einfach benutzen. Wie benutze ich das nochmal mit Space? So. Das einsammeln. Wo sehe ich denn hier noch Türen? Ich sehe gar keine Türen mehr. Achso. Ich habe ja hier keine. Da sehe ich, was die nächste Fähigkeit wäre, die ich lernen könnte. Da kann ich aber nochmal einen Vorrat sammeln. Also tatsächlich ist es gerade so. Wenn ich den Weg weiterfinden würde, würde ich ihn benutzen. Weil ich keine Ahnung habe. Oh, es ist doch dunkel. So. Da ist noch eine Erinnerung. Da oben liegt noch was. Ich sehe das doch. Da oben ist was. Da ist was drauf. Gib mir das. Mal kurz hier so. Siehst du das da oben? Da ist was. Da oben drauf ist aber was. Aber ich sehe doch, dass da was drauf ist. Ich sehe es doch genau da oben. Ach. Dann halt nicht. Ja. Da laufen wir mal. Ich wünschte, ich würde den Ausgang finden. Das würde mich so glücklich machen, wenn ich den Ausgang hätte. Analysieren wir das eben auch noch. Wieso kann ich das nicht blitzen? Wieso kann ich jetzt allgemein gerade nichts blitzen? Warum geht das jetzt gerade nicht? Oh, dann halt nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwas geht hier nicht ganz mit rechten Dingen zu. Schlüssel. Ich kann die auch nicht blitzen. Warum nicht? Wenigstens kann ich noch Sachen einsammeln. Das ist aber wieder ein Sternchen. Ein Sternchen. Das deinen Namen trägt. Da will ich gar nicht rein. Wieso kann ich jetzt nichts blitzen? Sag mal. Ich bin sehr irritiert. Da vorne ist wieder Rose. Das heißt, wir sind wieder sehr am Anfang. Kreide. Ein Schlüssel. Okay, aber meine Maustaste funktioniert noch. Das ist ja schön. Ich habe nämlich schon ein bisschen... Jetzt sehe ich sie. Die Erinnerung. Ich muss sie nur noch finden. Und sie ist verschwunden. Jetzt durfte ich wieder fotografieren. Das ist aber schön. Okay, nochmal. Den Fokus bitte. Ich will diese Erinnerung finden. Die muss ja in unserer Nähe sein, oder? Hier. Okay. Keine mehr verbleiben. Wir müssen sie nur noch einsetzen. Und den Ausgang dann finden. Das wird lustig. Ah, jetzt darf ich auch wieder knipsen. Sehr schön. Oh, ist das anstrengend. Wenn man sich nicht einfach immer verläuft. Aber, naja, gut. Was erwartet man von mir, ne? Ich glaube fast, wenn ich das weitermache, dann kann es sein, dass ich hier und da mal was rausschneide. Einfach, damit wir nicht ewig lang nur hier und her laufen. Das ist so ein bisschen... Der war jetzt direkt vor uns hinter uns. Da ist wieder das Ding. Sehr gut. Klassische Sicherung, die benutzen wir doch dann eben auch. Für alle noch verbleibenden Erinnerungen. In der Hoffnung, dass wir daraus dann tatsächlich mal den richtigen Film machen können. In, ich weiß nicht, ob der Episode oder erst der nächsten. Das sehen wir dann, wie lange ich jetzt brauche, um den blöden Raum zu finden. Auf jeden Fall muss ich die jetzt erstmal alle einlesen. Habe ich dich schon analysiert? Nee, habe ich auch nicht. So. Irgendwas wieder in unserem Tagebuch. Gucken wir doch mal. Beweise. Nee. Hier, die fallen. Die fallen. Von unten bringen. Das haben wir ja eigentlich einfach nur so schon. Ja. Und nochmal raus. Und wir müssten theoretisch noch eine einzige einlegen können. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir... Vielleicht finde ich ja von diesen Deckenfallen noch irgendwas. Oder von diesen Püppis auf dem Boden. Aber das müsste jetzt das letzte sein. Dann haben wir 14 hochgeladen. eine zu einer... Ja, eine weiterverarbeitet. Und fünf brauchen wir, um den Raum zu öffnen. Von dem ich eigentlich gedacht... Sind wir jetzt schon wieder bei... Ah, das sind bestimmt die Erinnerungen der Prostituierten, oder? Da hat aber jemand echt einen Fetisch für verhindern und so, ne? Also, wenn ich mir mal angucke, wie oft die hier... So, da ist wieder was. Das kann ich nicht. Ja, da ist hinten irgendwo... Hier irgendwo in der Nähe müsste dieser Raum sein, aber... Okay, da ist das mit den Erinnerungen. Ich kann hier nichts einlesen. Wir müssen diese blöde Tür finden. Okay, hier kam ich also her. Das ist schön, das zu wissen. Dann gehe ich nochmal den Weg zurück, den wir eben gegangen sind. Irgendwas geisterhaftes, aber wir haben leider keine Erinnerungen mehr zum Einlegen. Sonst hätte ich das jetzt vielleicht gemacht. Da haben wir schon alle Schlüssel voll. Da habe ich auch noch einen Schlüssel. Hier kamen wir her. Hier müssen wir im Endeffekt... Oh, den Generalschlüssel. Ja, ja. Aber wo kriege ich den her? Den Generalschlüssel. Habe ich einfach mal Kreide benutzt? Einfach nur, damit ich mal was benutzt habe hier drinne? Ah, ich kann... Oh, ich bin so doof. Die Kreide wird mir angezeigt. Tja, man lernt nie aus. Das kann ich aber nur dreimal benutzen. Okay. Jetzt ist die Frage, wohin? Hier hoch? Aber erst mal... Ich gehe erst mal hier runter. Da komme ich her. Toll, ja. Das ist super. Ich glaube, ich sollte mir einfach ab jetzt immer Markierungen setzen. Da können wir ein bisschen Neukreide aufnehmen. Markierungen setzen, wenn ich zum Beispiel dieses Wiederverarbeiten-Ding habe oder wenn ich zufällig mal an andere Räume randabble. Dabble. So heißt es. Korrektes Wort dafür. Dabbeln. Hier muss ich im Endeffekt hin. Das heißt, hier werde ich mir eine Kreidemarkierung setzen. Ja doch, das kannst du schon tun. So, Kreide. Wenn wir zu der anderen zurückkommen, kann ich sie wieder entfernen. Hier dürfte eigentlich nichts weiter mehr sein, oder? Vielleicht noch so eine kleine Figur. Ich mag dich nicht. Geh weg. Es kann doch sein, dass das Ding hinter irgendeiner Wand ist, die ich jetzt einfach nur nicht so mitschneide. Was bist du? Du bist das ganz normale Ding zum Sichern. Dann gehen wir jetzt einmal hier hoch. Das muss hinter irgendeiner Wand sein, die wir nicht sehen, oder? Mal weg, ihr Mädels, ihr. Das ist die zweite Kreidemarkierung. Das Gute ist, wir sehen die ja immer. Wir können uns also anhand der Kreidemarkierung wirklich gut orientieren. Das hätte ich mir vielleicht einfach vorher mal bewusst machen sollen, dass wir solche Mechaniken nutzen sollten. Ich... Ich weiß nur wirklich nicht. Ich glaube, ich müsste sehr viel öfter irgendwie versuchen, Wände zu blitzen. Da. Ne, das war die andere Tür. Das war dieser komische Raum. Da kriegen wir Kreide. Und können dann den Tresor, aber sonst... Ja, toll, dass ich den wiederfinde, weißt du? Aber nicht den richtigen. Ich bin ja ganz kurz. Kreide 3. Wenn wir jetzt nochmal eine Markierung setzen, dann kriegen wir immer wieder... Dann wird die erste verschwinden, die wir gemacht haben, glaube ich. Aber ich kann mich jetzt anhand von 3 hier ein bisschen orientieren. Ah, da vorne ist die 1. Die kann ich hier wieder ausradieren. Okay, dann die 1. Ich bin... Ich bin sehr, sehr verwirrt. Also wirklich verwirrt. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einfach einen Schnitt und wir sehen uns wieder, wenn ich den Raum gefunden habe, bevor ich in diesen Raum reingehe. Einverstanden? Denn ich glaube, das ist super, super ätzend und nervig, wenn ich hier... Okay, was machen wir jetzt weg? 1 würde ich gerne wegmachen. 2, 1 würde ich gerne ausradieren. Und stattdessen würde ich gerne hier eine Markierung ransetzen. Kann ich das nicht? Ich muss da erst hingehen, tatsächlich. Okay. Wir sehen uns wieder, wenn ich die Tür gefunden habe. Das dauert jetzt einfach alles zu lange. Also ihr kriegt es ja mit wie lange. Und das macht jetzt, glaube ich... Also es macht auch keinen Spaß, glaube ich, gerade einfach. Mir zumindest macht es nur bedingt Spaß, weil ich gerade sehr frustriert werde. Weil ich einfach den Weg nicht finde. Deswegen, wir sehen uns wieder, sobald ich den Ausgang gefunden habe. Und bevor ich dann den Raum natürlich betrete, schalte ich mich wieder ein. Also bis zum... Äh, bis gleich. Nicht bis zum nächsten Mal, sondern bis gleich. Das machen wir noch in der Folge. Und ich habe die Tür gefunden. Hat jetzt gar nicht lang gedauert. Das war, glaube ich, keine Minute. Toll. Aber wir haben es immerhin geschafft. Wir haben die Tür gefunden. Wir können durch. Dann können wir hoffentlich auch gleich speichern. Und dann vielleicht tatsächlich kann ich meine Aufnahmpause eine kleine machen. So. Die letzte Filmrolle. Und wir dürfen hier rein. Ach, du Heilige. Was steht da hinten? Wie viel Uhr ist es? Ist es, Herr Wolf? Oje. Schon wieder so ein Rätsel. Ach, du Heilige. Was muss ich denn da einstellen? Also ja, wir müssen die Uhrzeit einstellen. Nein, okay. Aber... Vier Mal... Äh, echt? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Dahlia's Night. Dahlia's Night. Dahlia's Night. Catherine's Act. Now showing. Oh nein. The Last Rose. Oh nein. Wir haben hier... Okay. Wir haben hier eine Anzeige mit ihr. Das ist sie hier, glaube ich. Oder? Dahlia's Night. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Lass mich mal bitte hier raus. Upsala. Und jetzt muss ich mir hier... Ich mache mir mal die Eins weg. Ich hoffe, die ist jetzt weg. Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Warte. So. Ich muss mir hier irgendwas wegradieren. Mist, Mist, Mist. Okay. Vespas Night. Straße der Versuchung. Rattennest. Oh Gott. Dahlia's Nacht. 2.30 Uhr. Das muss ich mir jetzt irgendwie aufschreiben. Tut mir leid. Das wird so furchtbar werden. Ich konnte jetzt da keine Markierung setzen. Das ist Rattennest 5. Rattennest 0500. Gefallener Eng... Ach du Scheiße. Gefallener Engel 0930. Der Hass ist blind. Ist blind. 05... Also 5.30 Uhr. Dahlia's... Dahlia's... Nacht. 2.30 Uhr. Rebecca. 12.00 Uhr. Vespas Nacht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das besser gemerkt oder schon mal gleich aufgeschrieben. Straße der Versuchung. Straße der Versuchung. 0500 und Gaslicht. Gaslight 0... 0.00 Uhr. Ach du Heilige. Okay. Und jetzt wieder zurückfinden. Das wird furchtbar. Weil erstmal würde ich mich gerne tatsächlich einem dieser blöden Dinger hier nähern. Ich werde es nie wieder finden. Aber das macht erstmal nichts. Dann machen wir mal das hier wieder weg. Ich muss jetzt ja ohnehin... Ich versuche mal, ob ich mich zurückverlaufen kann zu dem Ding hier. Ich glaube, ich laufe gerade schon wieder falsch, oder? Ne, hier ist es. Dann würde ich mir nämlich hier ganz gerne ein Zeichen anbringen. Damit wir einfach notfalls immer wieder zurückfinden. Und das ist jetzt... Das ist jetzt meine Kreide 3. Ich mache mir ganz kurz eine 3 und kreise sie mir dick ein. Ich habe aber noch nicht alle Sachen gefunden. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen durch die Gegend laufen. Was machst du eigentlich? Ich habe deinen Namen vergessen. Weil ich natürlich die Anfangszeiten der Filme finden muss. Das waren zwei, drei Stellen, wo wir die gesehen haben. Ich brauche noch einen Zettel. Ich brauche so viele Zettel. Okay, das Fenster zum Hof. Zum Hof. 0900. Frauengefängnis. Ach, du, halt. Frauengefängnis. 0330. Ivys Lektion. 0700. Ich nehme an, wir brauchen eigentlich nur die... Frau... Ohne Gewissen. Vermutlich nur die, wo tatsächlich die Namen von unseren Schauspielerinnen dabei stehen. Das heißt, ich müsste mir gar nicht alle notieren oder alle merken. Aber ich tue es einfach trotzdem nur für den Fall, dass wir sie doch brauchen. Dann haben wir sie eben schon mal. Die 3 ist das, was wichtig ist für uns. So, theoretisch dürfte sich ja meine Ausdauer jetzt gar nicht so sehr verbrauchen. Das müsste ich ja eigentlich einfach rumrennen können und mich umgucken. Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Da ist ein Schlüssel, den ich nicht brauche. Da ist die Tür wieder. Die finde ich komischerweise immer wieder. Und vielleicht haben wir ja schon alles. Ich könnte mal zu 3 zurückgehen und schauen, wie unsere 4 Damen heißen. Wir hätten Ivy. Dahlia, Rebecca, Vesper. Ups, Alter, jetzt bin ich gegen... Entschuldigung. Das hier hatten wir. Dahlia, Vesper. Ich brauche auf jeden Fall noch eins. Wollen wir wetten? Ich brauche bestimmt noch eins. Ich gehe mal auf die 2 zu. Na, du Stinkelette, du. Trauer Rose nicht. Da ist es. Ivy ist... Ne, das hatten wir schon. Ist es nicht schön, im Kreis zu laufen? Ja, finde ich auch. Ganz super. Nein, ich radiere gar nichts aus. Da geht es raus. Das ist die 2. Der 2 ist unser Ausgang. Und die 1... Ich habe keine Ahnung, was unsere 1 war. Ach ja. Wenn man das vorher wüsste, könnte man sich sowas so toll merken. Vielleicht sollte ich anfangen, einfach alles in Frage zu stellen. Hier geht es einfach nur rein, oder? Hier ist sonst gar nichts. Hier geht es einfach nur rein. Wir könnten auch wieder Vorräte sammeln, aber... Wozu? 3 geht es da hinten entlang? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Warum eigentlich nicht? Die Vorräte tun uns ja nicht weh. Hier ist schon mal nichts. Jetzt habe ich es halt eilig, ne? Ich könnte auch raten. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich nur rate. Das hier vielleicht. Hast du bitte das Richtige? Ja, das ist das Richtige. Oh Gott. Das Fenster zum Hof 900. Das hatten wir ja schon. Ich kämpfe um dich. Ich kämpfe um dich 400. Warte mal. Ich kämpfe um dich 0400. Das Fenster zum Hof. 1408 ist um... Ach du hier, das kann ich kaum lesen. Das muss ich nachher gucken. Und die Große Marie, das ist es. Die Große Marie 0530. Ich will trotzdem der Komplettheit halber das obere gerne sehen. Das ist um 2 Uhr. Okay. Dann können wir jetzt zu 3 zurückkehren. Das ist eine etwas längere Folge, ne? Einfach nur, weil ich es schon wieder verraff. So, aber das sollte leicht zu finden sein. Wir haben jetzt ja die Hilfen. Wir haben jetzt die Kreide. Die Kreide ist super. Ich dachte eigentlich nur, die Kreide... Ja, ich habe das komplett falsch interpretiert, wie wir die Kreide hier benutzen können. Das ist voll cool. Also, finde ich wirklich tatsächlich ziemlich gut gemacht mit der Kreide. Muss ich sagen. Ist super. Und da geht es wieder rein und dann können wir jetzt die Zeiten einstellen. Schon so ein bisschen gemein. So. Wen haben wir hier? The Last Row... Oh Gott, wir haben The Last Rows nicht, oder? Oh nein. Was haben wir denn hier? Catherine's Act. Ganz toll. Dahlia's Night. Das haben wir tatsächlich. Das ist 2.30 Uhr. Dahlia. Das ist sie. Ja. 1 Uhr. 2 Uhr. 30 Uhr. Die große Marie müsste das hier sein. Das ist Rose. Wer sie hier war, weiß ich leider nicht mehr. Uiuiui, ich kann die... Marie. Alice. Die große Marie. 5.30 Uhr. 1 Uhr. 2. 3. 4. 5.30 Uhr. Also. Dahlia. Marie. Ich habe deinen Namen Catherine's Act. Wir haben Catherine's Act nicht. Das ist das Problem. Wir haben Ivy und Dahlia und Vesper. Ivy. Last Rose. Aber wir haben hier auch... Warte mal. Marie haben wir hier gar nicht drin. Wir haben Alice. Rose. Dahlia und Catherine. Toll. Okay. Wisst ihr was? Ich mache das mal anders. Ich beende jetzt die Folge, denn sonst wird die viel zu lang und dann sehen wir in der nächsten... Ich laufe jetzt aber nochmal rum. Ich benutze gleich das Leuchtfeuer, dann laufe ich rum, schreibe mir die Zeiten auf für diese einzelnen Mädels hier. Und dann können wir das nächstes Mal hoffentlich machen. Und dann mache ich mittendrin eine kleine Aufnahmepause. Also. Wir sehen uns hoffentlich. Es tut mir so leid, dass ich das jetzt nicht fertig bekomme. Aber. Das sind die falschen Schauspielerinnen. Und ich weiß nicht, wo ich diese Dinger finde. Und bevor ich da jetzt nochmal 10 Minuten durch die Gegend irre und sie einfach nicht finde. Lassen wir es erstmal sein für jetzt. Macht euch noch einen flauschigen Tag. Ihr Süßes und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mein Dahlhaus. Mein persönlichen Labyrinthalbtraum. Bis dahin. Bye bye.